Dass Kamera und Mensch immer auf die Minute genau dort stehen, wo sie gerade gebraucht werden. Wir können Ihnen das anhand eines Beispiels mal zeigen. Gestern vor dem Spiel der Deutschen in Salvador hatten wir eine kurze Schalte wie heute Sendung. Und die Position war geplant auf einem Hügel gegenüber. Da muss man also erst durch Fans und Sicherheitskräfte vorbei. Und geht tatsächlich an ein privates Haus. Da gab es eine überdachte Dachterrasse. Und da haben wir das halt gemacht. Und es ist immer wieder ganz erstaunlich, dass das, was wir hier tun, in Deutschland viele tausend Kilometer weg auch so gehört. Und gesehen.